Hallo und herzlich willkommen, hier ist Balo mit dem nächsten Video aus der Reaper of Souls Beta. Ihr müsst euch ein bisschen dran gewöhnen oder ihr habt euch vermutlich schon dran gewöhnt, dass ich meistens in irgendeinem Akt rumstehe, wenn ich etwas erzähle über die Beta. Von daher wird das auch in dem Fall so sein und in diesem Video soll es darum gehen, um das Thema Beta und Balancing oder Patches, wie auch immer. Aber man geht halt als Spieler davon aus, dass man im Laufe eines Spiels, wenn Patches kommen, immer eine positive Veränderung des Spiels bekommt. Das kann auch ein Nerf sein von bestimmten Fähigkeiten, die also schwächer gemacht werden, damit das Spiel dann eben ausbalanciert ist, mehr gebalanced ist. In der Beta ist das aber ein bisschen anders und das verstehen manche Leute nicht. Mich eingeschlossen übrigens, ohne dass man weiß, warum eine bestimmte Änderung gemacht wird. Ich gebe euch ein Beispiel. In der Family & Friends Beta war es so, dass man zu jedem Zeitpunkt Rifts machen konnte. Und Rifts haben sich sehr gelohnt. Und viele Spiele haben Rifts gemacht oder überhaupt den Adventure-Mode. Im aktuellen Stand der Beta, in der Closed-Beta, ist es so, dass man zum Beispiel erst Akt 5 durchspielen muss, bevor man überhaupt in den Adventure-Mode kann. Das heißt noch lange nicht, dass es in der Final-Version so sein wird, aber, und dazu gab es einen Bluepost, Blizzard hat gemerkt, dass die Leute halt alle den Adventure-Mode wie blöd spielen und sie kaum Feedback bekommen haben zu Akt 5, ob es da irgendwelche Bugs gibt, ob der Spaß macht und so weiter und so fort. Und deswegen haben sie sich entschieden, okay, ihr könnt Adventure-Mode spielen, aber spielt wenigstens einmal vorher Akt 5, damit wir ein bisschen Feedback dazu bekommen können. Und ähnlich kann es sein bei dem, was ich momentan als eines der größten Probleme beschreiben würde oder beschrieben habe in den vorangegangenen Videos, was die Drop-Raten von Items betrifft. Oder auch von Plänen, darüber habe ich mich in einem der letzten Videos aufgeregt. Ich zeige euch kurz einen Screenshot, also das Bild ist jetzt nicht eingefroren, das ist ein Screenshot von vor ein paar Tagen, so, von einer Farm-Session. Diese Farm-Session hat 6 Stunden gedauert in einer 4-Mann-Gruppe meistens, ein paar Sachen in einer 3-Mann-Gruppe. Und ihr seht mein Inventar mit den Drops, die ich aus dieser Session hatte. Da seht ihr zwei Items mit einem Fragezeichen im Inventar. Das sind die einzigen beiden tatsächlichen Gegenstände, also ausrüstbaren Gegenstände, die die Session mir gebracht hat. Der Rest, den ihr auf dem Boden seht, sind nur Pläne und nur doppelte Pläne, die in dieser Session gedroppt sind. Das heißt, ich habe gespielt und habe nach 6 Stunden Spielen in der Gruppe zwei Items gehabt und 72 Pläne, von denen 69 Pläne doppelt waren. Springen wir kurz wieder zurück. Es mag unter anderem daran liegen, dass die Pläne sehr häufig vorkommen in den Reward-Beuteln aus Bounties und dort speziell in Akt 3, also in Akt 3 ist zur Zeit, wenn sich das jetzt nicht in den letzten Tagen geändert haben sollte, in jedem Belohnungsbeutel ein Legendary drin. Und wiederum dieses Legendary hat eine sehr, sehr hohe, also keine Ahnung was, nicht nahezu hundertprozentige, aber ich würde mal sagen, um den Dreh rum, Chance ein Plan zu sein. Also ich glaube, die Items, die aus den Loot-Beuteln gekommen sind, die haben nur einen anderen weiteren Role belegt, weil ich glaube, in jedem Loot-Beutel war mindestens ein Plan drin und manchmal noch dazu, in zwei Fällen, ein legendäres Item. Welchen Hintergrund das hat, kann ich noch nicht sagen. Manche behaupten oder glauben, dass Blizzard damit möchte, dass die Spieler das Crafting testen. Dummerweise ist da dann das Gegenteil von gut gut gemeint, denn, wie ich schon in einem anderen Video gesagt habe, mehr Pläne helfen nicht mehr von den Gegenständen zu craften, denn zum Craften der Gegenstände muss man zunächst mal ein legendäres Item kaputt machen und braucht eine Forgotten Soul. Von daher ist immer vieles von dem, was in der Beta passiert, unter ein bisschen Vorbehalt zu genießen und manche Spieler regen sich dann total auf über irgendwelche Dinge, die in der Beta halt machbar oder nicht machbar sind und vieles von dem spiegelt halt noch nicht den fertigen Stand des Spiels wieder. Ich muss aber auch immer mit dem Ganzen, was ich jetzt gesagt habe, mit der Einschränkung, dass vieles unter Vorbehalt ist, sagen, dass der aktuelle Stand der Beta gefährlicher ist insofern für Blizzard, als dass sie jetzt die Item-Drop-Raten so weit runtergeschraubt haben, dass man wirklich Stunden um Stunden spielen kann, ohne auch nur ein einziges Item zu finden, das eine Verbesserung darstellt, geschweige denn vielleicht überhaupt ein Legendary-Item zu sehen, selbst wenn man in Gruppen farmt und spielt. Und ich habe schon bei einigen anderen Spielern, mit denen ich in Gruppen war, festgestellt, dass sie darüber so frustriert waren, weil es einfach so wenig Spaß macht, dass sie gesagt haben, so, ich brauche eine Pause, ich spiele jetzt erstmal nicht weiter. Und dann ist es der Punkt, wo man sagen muss, dann ist es halt kontraproduktiv, wie der aktuelle Patch ist, wenn er dazu führt, dass die Spieler aufhören zu spielen. Mal unabhängig davon, dass es erst recht kontraproduktiv ist, wenn Spieler glauben, dass das der finale Stand oder nahe dem finalen Stand des Spiels wird oder sein wird oder vielmehr die Veränderung, die es im letzten Patch gab, in Richtung Release geht, sprich eher das ist, was wir zu Release sehen werden. Und da hoffe ich persönlich, dass es, naja, dass es relativ schnell ein paar Balancing-Patches gibt. Es war halt eine riesen Droprate für Legendary-Items in der Family & Friends-Beta, wo man sich dachte, das ist hier wiederum auch doof. Da habe ich nach zwei Tagen, habe ich meinen Charakter komplett legendär equippt. Und jetzt das exakte Gegenteil der Fall. Jetzt hat man nach Hunderten von Spielstunden vielleicht gerade mal ein oder zwei legendäre Items, die man in seinem finalen Build haben möchte. Aber da hoffe ich halt, dass es eine Änderung geben wird, um auch einfach mehr Spieler zu motivieren. Wenn ich mal kurz gucke, ich kann mal irgendwie in die Clan- und Friendslist gucken, ob da auch wieder ewig viele Leute in Schwierigkeitsgraden unterhalb von Torment unterwegs sind. Invis ist in Torment 6, der wird dort aber nur Beutel aufmachen. Dann haben wir hier einen in Master, Menus, Menus. Torment 1 ist ein Spieler, genau wie ich zurzeit in Torment 1 spiele und aktiv farme, weil ich einfach es nicht mehr sehen kann, auf Normal-Mode zu spielen im Moment. Und dann ein bisschen auf Normal-Mode. Hier haben wir Torment 2. Naja gut, ein paar Leute sind in Torment unterwegs, ein paar Leute sind in Normal unterwegs. Aber ich glaube, viele von denen, die in Torment unterwegs sind, sind es hauptsächlich deshalb, weil sie genau wie ich sagen, ich kann den Normal-Mode nicht mehr sehen. Es wird halt zu langweilig. Es ist einfach viel zu einfach im Normal-Mode. Und da ist es mir egal, ob da mehr Loot-Beutel droppen, ob da mehr legendäre Pläne droppen. Vielleicht sogar egal, ob da mehr legendäre Items droppen. Das weiß ich nicht genau, weil wir immer noch nicht genau wissen, inwiefern der Loot-Table von Torment, was er alles an anderen Items beinhaltet oder an zusätzlichen Items beinhaltet. Also das soll ein kurzer Zwischenstand gewesen sein zum Thema aktueller Patchstand, zum Thema Veränderungen in Richtung Release und zu meinem ganz persönlichen Wunsch, dass da halt relativ schnell was passiert. Damit einfach, denn der umgekehrte Fall gilt halt auch, durch das aktuelle Balancing waren sehr, sehr viele Spieler mich eingeschlossen, verleitet halt nur Normal-Mode zu spielen. Und dann kriegt Blizzard eben kein Feedback über die höheren Schwierigkeitsgrade, geschweige denn darüber, wie sie Torment halt zu balancen haben. Und es wird halt noch schwieriger, ich spiele Torment 1, wenn es in Richtung Torment 2, 3, 4, 5 oder 6 geht. Die sind halt noch schwieriger, diese Schwierigkeitsgrade. Das Equipment zurzeit ist aber so schlecht und die Verbesserungsmöglichkeiten sind so gering, dass ich fürchte, dass es relativ wenig Spieler geben wird, die zurzeit sinnvoll Torment 4, 5 oder 6 testen würden, und was es wieder schwer macht für Blizzard, diese Schwierigkeitsgrade so zu balancen, dass sie im finalen Spiel bei Release den Sinn ergeben. Ist die Frage, ob das überhaupt geplant ist oder ob sie sagen, Torment 4, 5 und 6, behalten wir uns erstmal vor zu patchen, wenn das Spiel auf den Live-Servern ist? Das weiß ich noch nicht. Das werden wir alles noch ein bisschen sehen in den nächsten Tagen und Wochen. So, also das ganz kurz zum aktuellen Stand. Ich hoffe, das Ganze hat euch ein bisschen Spaß gemacht und euch unterhalten. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video aus der Reaper of Souls-Reihe von mir dabei seid und wenn ihr unseren Channel abonniert. Bis dahin, tschüss, sagt euer Onkel Barlow.